Jetzt sollte man die Polizei rufen, oder? Nein, also noch nicht. Eigentlich würde er jetzt schon gar nicht mehr weiterkommen. Das Sicherheitssystem kann man nicht kurz schließen. Aber wir wollen mal schauen, was er sonst noch so drauf hat. Aber jetzt sollte man die Polizei rufen. Noch nicht. Jetzt kommt die Lichtanlage mit Bewegungsmeldern. Aber jetzt sollte man nun wirklich die Polizei rufen. Der Aufzug ist wie das gesamte Gebäude vernetzt. Jetzt entscheiden wir, wo er hinfährt. In Notfällen lassen sich die Türen auch von hier öffnen und auch wieder schließen. Aber jetzt sollten wir wirklich die Polizei rufen. Vorher wollen wir ihm noch ein bisschen einheizen. Und jetzt könnte man die Polizei rufen. Ja. Warten Sie. Okay, du hast gewonnen. Gute Performance. Test bestanden. Ihr Gebäude ist sicher. Kannst du mal die Heizung wieder ausmachen und die Tür auf? Danke. Okay. Bis zum nächsten Mal.